Und es geht direkt weiter, wie ähm, ich äh, oh, meine Haare sind nicht gemacht, ich finde einfach keinen Kamm. Wir sind ja noch mitten im Umzug und ich habe einfach keinen Kamm und dementsprechend sehe ich halt ultra scheiße aus. Ähm, keine Ahnung. Also äh, neue Folge Mystery Unboxing. Ich habe etwas Schönes hier für euch, hat ein bisschen was mit Videospielen zu tun. Ich als großer Star Wars Fan möchte euch ganz gerne mal zeigen, was ich mir bestellt habe. Auch wieder über Ebay Kleinanzeigen mit Versand, hat mich das Ganze 50 Euro gekostet, ohne Versand 40. Neu kosten die Dinger deutlich mehr. Ähm, ich möchte euch da nochmal zeigen, ich bin ja überlegen, ob ich mir auch eventuell von dem nochmal einen zweiten bestelle. Ich werde einfach mal hineinfirmen, das ist es nicht. Das kann ich euch schon mal sagen, das ist ein Bild von Darth Vader. Hier drin, Leute, hier drin. Ich drehe mal kurz die Kamera um. So, hier drin ist es schon. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier sind schon mal ein paar Füße. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal auf und wir holen es einfach mal hinaus. Ich hoffe, der geht mir jetzt nicht kaputt. Komm her. Ja, da ist er schon. Guck mal, da ist er schon, der will nicht. Er will nicht, der ist von Kabeln umzingelt. Ich befreie ihn mal kurz. Ja, das ist ein 80 cm großer Darth Vader und wenn Leute, wenn das nicht mal cool ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen soll, aber ich wollte eigentlich ganz gerne hier mir mal ein bisschen Platz machen und ihn einfach mal als Deko ins Zimmer stellen. Und das finde ich eigentlich, ist eine ganz coole Idee. Wie gesagt, ich habe ihn gesehen und war total hin und weg, weil ich, es gibt ja Leute, die stellen sich auch riesen Stormtrooper, die sind dann wirklich menschengroß, in die Wohnung. Ich habe mir gedacht, gut, den gibt es doch relativ oft bei Ebay, eine 80 cm große Ausformung von dem her. Ich habe ihn jetzt einfach mal bestellt. Ich stelle ihn jetzt einfach mal hier oben hin. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz witziger Gag. Wenn die Leute jetzt hier an der Straße vorbeigehen, dann begutachten sie da Vader. Das ist eigentlich ganz witzig, ich glaube, das lasse ich erst mal. Ja, Leute, ich drehe nochmal die Kamera um. Es kommt hin und wieder mal nochmal was anderes, was ich euch vielleicht mal vorstellen möchte. Seid einfach mal gespannt und ja, das wäre es heute zu dem Darth Vader. Ziemlich cool, finde ich, macht richtig was her und soll es da ausfängen, auf jeden Fall ein Moos, finde ich.